So, erstmal eine spannende Runde Solo-Q-Daddeln. Ich mein, die Mails können ja nicht so kacke sein, oder? Schön, Tommi! Tommi Carey! Jo, Tommi! Alles klar. Schön, Tommi! Hier schreit mir ein bisschen sehr zu viel rum. Okay, dann, dann... Tommi! Auf geht's! Hier, nimm mich! Und ein paar Frecks, okay? Stripe later. Entschuldigung, mein Headset ist kaputt! Keine Ahnung, ich geh jetzt auf Elite-Partner und suche nach Mates. Ich weiß nicht so. Elite-Partner, ist aber Global. Global Elite-Partner. Toxic. AFK. Und all der Beten. Das sind Global Elite-Parten. Ich muss mich rüber... Betten dann. Im ersten Sprung? Na, warte. Bei der Zähne. Ey, los! Was? Ist doch nicht Toilet. May be von hinten. May be von hinten. Ha Ah, plugg doch nicht! Jonas, du bist echt... Jonas Schuhe! Bist du wirklich? Nein. Wenn man Oscars vergeben könnte, wie kacke man ist, du würdest so abräumen. And the Oscar goes to... Schulz! Keine Zeit. Er wird auf, dass er dich nicht abaimt und wartet. Warte noch, warte noch! Jetzt, jetzt! Jetzt wegrenn! Du bist doch gut! Schön! Oh nein! Er hat noch ein Low gemacht? Oh, Junge, ich hoffe, du bist schwanger. Ich hoffe! Wieso sagst du jetzt meinen Namen? Ich hab gar nichts gesagt. Okay, Jola, Entschuldigung, Scheißverzock. Was? Ey, wirklich, Mann! Wirklich, ich verstehe nicht, wie viele Affen man im Kopf haben kann, die sowas produzieren. Ich hab so'n ganzen Zoo da drin, so'n ganzen Dschungel, Alter! Affen, jawohl! Achso! Pass mal mit den Prücher auf! Jawohl! Nee, oder? Zieh durch! Ja, du hast's! Komm! Danke, Bruder! Was? 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 What the fuck, ey? Ich geh die A in das Affengehegehaus. Geh ich noch B. Wo Affen auch hingehen? Äh, Jan, ich hab links den Gang, wenn die rechts fahren. Ich weiß welchen oben. Oh, der ist still. Und jetzt, zu einem kleinen Tutorial, wie man CS-Matches gewinnt. Mit der Hilfe von Calls. Step 1. Callt verständlich. B-1-B-1. Was? Das musst du mich speichern auch! Schritt 2. Callt rechtzeitig. Komm mit! Silo! Hier ist keiner. Hier ist keiner! Da muss ich piegnen. Die können nicht so quick gehen. B durch! B durch! Die sind B! Ja! Waaas!? Wie könnt ihr, wie könnt ihr ein B sein? Ich hab' Schmerzen! Ich hab' so Bauchschmerzen vor Lachen und Spaß! An der Stelle sag' ich nur nochmal Danke fürs Zusehen, ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da und schaut euch auf jeden Fall unser letztes Video an, die ziemlich bescheuerte Challenge hier auf der Endcard verlinkt. Wir sehen uns dort, bis gleich! Und wenn nicht, sehen wir uns Samstagabends 20 Uhr im Stream. Bis dahin, ciao!